Wir lieben Oberaulare, liebe Gäste und Freunde aus nah und fern. Oberaula ist liebenswert, lebenswert, feiernswert. Wenn man etwas liebt, dann berührt es dich, es inspiriert dich und du fühlst dich verbunden. Lieben heißt, sich auf etwas einlassen, etwas Wertvolles geschenkt bekommen und auch etwas von sich selber geben. Oberaula ist für uns alle Heimat. Und so unterschiedlich, wie wir Menschen alle sind, so unterschiedlich sind unsere Erinnerungen und Wünsche, die wir mit unserem Zuhause verbinden. Und das ist gut so. Möge uns unsere eigene Verschiedenheit immer dabei helfen, Andersartigkeit zu achten und als ein Geschenk zu betrachten. Darin steckt so viel, was dazu beitragen kann, ein Zuhause, eine Heimat noch schöner, noch besser, noch liebenswerter zu machen. Wir alle sind Oberaula und darauf sind wir stolz. Und das wollen wir heute gebührend miteinander, in bunten Farben und in Vielseitigkeit, miteinander feiern. An der Kamera, jetzt hier in Oberaula, ich habe gehört, das sind die Ewelsche, die Ewelsche. Ein Volk, ganz alt, 1150 Jahre alt. 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 Ein Volk, ganz alt, 1250 Jahre alt. Jetzt wird die Scheibe rund um den Raben herausgeführt. Die Windscheibe ist anders als die Seitenscheibe, kein Sicherheitsglas, sondern Verbundglas. Das heißt, eine Windscheibe verbröselt nicht wie eine Seitenscheibe, sondern durch die innenliegende Plastikfolie bleibt sie am Stück. Der Schnitt rundherum ist jetzt vollbracht. Wenn es arbeitet, den Raum lassen, den es haben will. Gegen das Gerät anzubrücken, wenn es beim Schneiden irgendeine Richtung ist, fängt eine gewisse Gefahr, wenn man da reinschneidet. Weiterhin? Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und so haben wir ein Cabriolet mit wenig Entwicklungskosten, lediglich ein paar Lackkratzer. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ihr wart das beste Publikum, das wir jemals hatten und wir verabschieden uns von euch mit den Worten Habt Dank und gehabt euch wohl! Applaus